So, wie geht das mit der Fruchtzuchtfarm? Also wir brauchen ein männliches, ein weibliches und Kuchen brauchen wir. Kuchen? Wie kriegen wir denn Kuchen her? Ja, dafür brauchen wir eine Weizenfarm, dann eine Mühle, damit wir aus dem Weizenmehl machen können. Mühle haben wir schon drüben. Und theoretisch auch eine Bäckerei oder ich weiß nicht, wie das hier heißt. Backofen, irgendwie sowas muss es noch geben. Ah, ja, das kann ich bauen. Warte, warte, warte. Obwohl, ne, Feierheizung. Haben wir Weizensaat im anderen Lager? Ja. Dann würde ich die mal auch holen, damit wir hier Weizenfelder bauen können. Ja. Okay. Wenn wir das möglichst alles hier in einem Lager haben und immer hin und her reisen müssen. Ja, dann baue ich schon mal ein paar Kisten, oder? Ja. Da habt ihr auch schon. Ja, eine musste ich schon bauen, damit da alles erstmal irgendwie notdürftig reingeht. Ja. Na, ich werde noch ein paar anbauen. Brauchen wir dann auch Werkbank und sowas alles hier? Was? Eigentlich nicht. Nee. Betten brauchen wir auf jeden Fall noch. Also Paalbetten. Okay. Mhm. Dann mach ich mal eben Betten. Gut. Okay. Äh, shit, wo haben wir denn Weizensamen? Also die normalen Beärensamen? Die sehe ich in den Kisten aber. Äh, guck mal. Guck mal in der Essenskiste. Am Lagerfeuer. Ah. Was wollte ich denn jetzt machen mit Truhe noch? Was war das denn? Na, wann kann ich denn das bessere Bett der Palz bauen? Boah, ich glaube, Stufe 20 oder sowas kannst du das freischalten. Ja, bin ich natürlich nicht. Na, nee, Stufe 24. Ja, okay. Dann muss ich noch die normalen nehmen. Alter, mein Spiel läuft grad. Wie schlimmer denn je. Wo wollt ihr schlafen? Hier. Hier lass ich euch mal schlafen jetzt. So. Ähm. Ich baue auch noch hier, ähm. Ich sag schnell. Ähm. Schnell. Ähm. Holzlager und Steinlager. Ah, so. Ne, damit die das abbauen können. Aber ich helfe jetzt hier erstmal gerade. So. So, das Weizenfeld ist fertig. Dann mach ich das hier hinten. So, ich hab nicht mehr genug Material. Weiß ich, ob ich jetzt schon genug Betten hab. Holzfällerlager. Ähm. Ich hab auch nicht genug Material. Ähm. Also, 11 Betten bräuchten wir. Hm. Hä, wieso hab ich ja nicht genug Material? Ich hab doch genug Material. Du hast nicht genügend Material. Du hast nicht genügend Material. Willst du mich verarschen? Drei sind fertig. Du meinst, hier ist zu viel Platz. Oh, sieh, da baue ich einen riesen Tempel hin. Ne. Die lassen mir gar keine Chance, hier einen Tempel hinzubauen. Vorher ist alles zugepflastert mit irgendeinem Kram. Nee. Ich versteh's nicht. Aber wenn irgendwann das Spiel mal fertig ist, vielleicht machen wir auch irgendwann mal ne Solo-Runde. Da konzentrieren wir uns, glaub ich, auf coole Bases. Neun von elf Betten. Verdammt. Ja, jetzt schlafen sie ja eh erstmal auf dem Boden die Nacht. Ja. Ach, da steht das. Aber... Hm? Ich weiß, ich versteh nicht, warum ich Holzfäller lage und Steinbruch nicht bauen kann. Äh... Spontan, weil Stein fehlt. Aber es fehlt zumindest bei mir, wenn ich das bauen will. Okay, dann ist es bei mir irgendwie buggy. Aber bei mir steht, ich hab 51 von 20 Stein. Ich hab alle... Also angeblich hab ich alle Materialien. Okay. Vielleicht kannst du es da nicht hinstellen, weil... Ne, es ist noch blau. Und dann sag dir, du hast nicht genügend Material. Du bist da vielleicht schon außerhalb des Lagers? Weiß ich nicht. Nein. Ich war noch im blauen Kreis. Hab ich extra aufgepasst. Aber... Es ist Early Access. Es ist Early Access. Genau. Oh. Alles wird gut. Ich reiß mal eben ins andere Lager. Mhm. Ja, die Palts würden dann... Bei mir würden die ein eigenes Zimmer kriegen und so. Oder mehrere Zimmer. Natürlich, Josy. Mhm. Mhm. Kann man eigentlich irgendwann auch... Ein... Äh... Palladium? Oder wie das heißt? Wie heißt denn das blaue hier? Ein... Palladium? Ähm... Davon auch irgendwie... Ein Steinbruch bauen? Dass die Viecher das auch abbauen und preisweren machen? Ich glaub nicht. Nur die kannst du... Da kannst du höchstens ne... Die Steine kannst du ja in so ein kleinerer packen Und da konnte er ein Palladium rausholen. Stimmt. Den haben wir ja hier schon stehen, ne? Jo. So. Ich versuch das jetzt nochmal. Ja, jetzt sagt er mir, ich hab nicht genug Material. Okay. Jetzt brauche ich Stein. Hm. Aber das kann ich hier nicht abbauen. Okay. Bitte. So. Hat Chrissy schon das Jumbo-Ei schlüpfen lassen? Ja. Da war ein Dinos zusammen drin. Ein Dinos. Achso, cool. Dann kann ich ja hier jetzt... Hier ist noch ein Ei. Das... Feuchte Ei mal reinsetzen. Oh, ich hab schon wieder ein Jumbo-Ei. Ein feuchtes Jumbo-Ei. Oh, hier ist noch ein Ruby. Palladium. Palladium. Ich sag immer Palladium. Ah, da hinten ist der Schnellreisepunkt. Den geh ich mal eben holen. Eww. 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 Die Frage ist, mit was machen wir Kuchen? Wären die quasi im Kochtopf gebacken? Oder gibt's da irgendwas für? Guck gerade mal. Oh. Ja. Hier gibt's eine Torte. Da brauchen wir Mehl für. Rote Beeren. Milch. Ei. Also normales. Und Honig. Aha. Okay. Honig kriegen wir von Bee Guards, wenn die inner Dingens sind. Auf der Weide sag ich jetzt mal, wenn ich die jetzt nicht ganz schwere. Milch. Bin ich jetzt überfragt. Milch. Milch hab ich beim Händler gesehen. Kann man beim Händler kaufen. Ja. Aber von welchem Pall wir das kriegen, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Josie. It's your turn. Was sagst du schon? Eier? Eier kriegen wir von Chickipi. Wenn der auf der Weide ist. Hier ist ein Dungeon. Level 23. Es wäre der Kühnheit. Mhm. So. Ich will aber eigentlich Stein finden. Stein abbauen. Okay. Ganz viele Malpackas. Klar. Wenn ich hier was gemacht haben will, hauen die wieder ab. Mann. Und wie sieht das hier aus? Ah, der braucht noch ein bisschen. Hä? Wieso ist denn hier... Gibt's denn hier kein Stein? Eine... Ah. Die Moorinsel. Okay. Hier ist glaub ich Stein. Ne. Hä? Hä? Also man kann das Stein hier irgendwie nicht abbauen. Ja, ich finde auch heute ist das Spiel sehr, sehr verbuggt. Die Pals fliegen hier durch die Gegend. Hm. Oh, da ist eine Statue. Baupläne. Ich... Ich weiß nicht wie ich diesen Bauplan freischalten kann. Achso, der Gegenstand kann sofort an primitive Werkbank. Ah, okay. Das ist die tropische... Oh. Ich hab dich getötet. Entschuldige, Ruby. Alter. Aus einem Kick ist... Ne. Mein Paar im Team ist hungrig. No. Ah. So. Oh. Oh. doof heute. Och Mann, ich will die doch gar nicht töten. So. Das darf doch nicht wahr sein. Boah, was ist das denn hier? Oh, Wilderer. Okay, die werde ich mal bekämpfen. Mach dich. Do it! Just do it! So, jetzt habe ich hier noch. Ah, das läuft alles noch, ne? Nice. Keiner hat irgendwas gemacht hier an der Werkbank. Alter, die sind heute faul. Ich glaube, wie habe ich gestern in dem Video gelernt, wenn ein Pferd nicht möchte, dann wird es halt mit der Peitsche geschlagen, weil es braucht wieder ein bisschen was Schönes im Leben. Hab sie alle getötet. Ups. Und ich verfreie jetzt ein... Es muss motiviert werden, so war das. ein Ribbunny. Ribbunny. Also, Milch, Leute. Ribbunny. Ja. Milch im kleinen Dorf zum Kaufen oder wahlweise vom Mozzarinapal? Mozzarellapal. Klingt wie Mozzarella. Genau. Aber... Genau, Milch habe ich im kleinen Dorf gesehen beim Händler. Aber ich finde immer noch... Ah, da ist Stein. Oh mein Gott. Endlich. Ja, ja. Ah, okay. Warte, Josie. Warte. 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 Schieß los. So, komm her. Okay, also man kann sich nicht überladen und dann auf seinem Fall reiten. das ist dann auch langsamer. Jo. Ich wollte Trick 17 anwenden, aber hat das Spiel gesagt, nein. Im Westen. Okay. Eingang zur Klamm. Und da finden wir die? Dann muss ich mal gucken. Dann würde ich da gleich mal hinreißen. Ich fälle jetzt nochmal ein paar Bäume etc. pp. Und baue dann noch ein paar Viehfarben hier oben hin. So zwei Stück oder vielleicht drei. Ja, ich baue gerade dieses Holzlager. Und danach baue ich noch das Steinlager. Ich besorge uns mal was. Ich muss wieder aufpassen, ne? Der hat vielleicht wieder Bock auf mich. Ich fasse es nicht. So haben wir nicht gewettet. Ich wollte gerade sagen, ich hole uns gleich mal oder auch nicht. Mozzarella, aber Alter, ich hab schon wieder ein Bier schon, ey. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Ahnung. Ich habe einen Daumen. Holz fehlt mir auch, okay. Geil! Wannwürm gefangen. Geil. Das Problem ist, die sind da hinten auch wieder. Aber ich will doch ein Mozzarella haben. Wilderer Rookie. Oh, die Wilderer müssen wir mal wegmachen. So mache er dieses. Sehr schön. Ja, Pfeile sind ja am Start, Josie. Jetzt muss ich die Viecher nur finden. So, machen wir das auch. Muss man eben die anderen Großen da umgehen. Sehen aus wie Kühe. Okay. Hast du wieder Wilderer? Bärenfeld haben wir auch schon gebaut, oder? Äh, hier nicht, ne. Okay. Ich habe Munition bekommen. Danke, Dinos haben. Hast du Hilfe? Nee. Mein Dino macht das hier schon. Der regelt. Da hinten ist wieder ein... Oh, guck mal. Hier ist noch ein wilderer Dorf. Und die haben... Ich weiß gar nicht, wo du bist. Oh, da hinten. Ach du je. Oha. Das wird spaßig. Ich kann ja erst mal... Ich eise mal eben im kleinen Dorf. Scheiße, ich wollte ihn wohl gar nicht triggern. Ey, ich wollte dich nicht triggern. Dann kann man sich ja immer noch auf die Hände mitmachen. Alter, das ist... Das ist leuchtend hier auch gerade wie mit Sackschrauben, ne. Das ist... Heute ist es echt nicht schön. Ich hoffe, da kommt demnächst bald mal ein Update, ey. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Gott. Wer bist denn du? Ich möchte dich jetzt auch nicht triggern, ey. Großes Viech. Münzen. Ah, 300 Mäste. Oh, hier ist ein Wilderer bei dem Viech drinne. Das ist nicht so schön. Ich befreie jetzt. Ich weiß nicht, was es ist. Sieht aus wie ein Aal. Ah, sowas habe ich auch schon. Ein... Sofend. Okay. Der bugt. Aber was ist das für ein Viech hier? Level 19. Bronchery. Ne, wir müssen jetzt erstmal... Dino Sound muss sich erholen. Dino. Präsent. donk. Untertitelung des ZDF, 2020